Musik Mittwoch, der Tag Ihrer DOZ-News. Willkommen hierzu. Marder lässt sich durchleuchten. Ein Steinmarder sorgte Anfang der Woche für einen ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz in Krefeld, Nordrhein-Westfalen. Angestellte einer Arztpraxis entdeckten das Weißkälchen am Vormittag in einem Behandlungszimmer und verständigten darauf die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatte sich der tierische Besucher in einem Röntgengerät verschanzt. Mit Hilfe einer Stange wurde der Marder durch die Kameraden gezielt in eine Tierfangbox gedrückt und dann, nach Rücksprache mit dem Tierrettungsdienst, im nahen Stadtwald wieder in Freiheit entlassen. So die Feuerwehr Krefeld in einer Pressemitteilung. Wie Weißkälchen in die Räumlichkeiten der Arztpraxis gelangte, ist und bleibt wohl unbekannt. Sau stoppt Schmuggler Wildunfälle können tatsächlich jeden treffen. Im Landkreis Görlitz, Sachsen, stoppte die Kollision mit einem Stück Schwarzwild ein Schmuggler bei der Einfuhr von tausenden Zigaretten aus Polen. Zeugen meldeten am vergangenen Samstagmorgen einen stark bestätigten Skoda auf der Kreisstraße zwischen Boxberg und Sprey. An der Unfallstelle konnte keine Person, dafür aber ein verendetes Wildschwein festgestellt werden, berichtet die Polizei vom Einsatzgeschehen. Dafür wurden im Umfeld des Fahrzeugs allerdings drei versteckte Kartons mit Zigaretten aufgefunden. Bei der Überprüfung des Autos entdeckten die Beamten im Kofferraum weitere Kartons mit Zigaretten, was die Abwesenheit des Skoda-Fahrers erklären dürfte. Unterm Strich wurden etwa 500 Stangen Zigaretten konfisziert. ASP-Gefahr rückläufig. Da seit mehr als zwölf Monaten kein neuer ASP-Fall mehr festgestellt wurde, können die Nutzungseinschränkungen nun auch im Kerngebiet 8, das liegt in der Uckermark, aufgehoben werden. So Brandenburgs Verbraucherschutzministerium. Die Aufhebung betrifft vor allem die dortige Land- und Forstwirtschaft. Einzelheiten seien der Allgemeinverfügung des Landkreises zu entnehmen, heißt es. Weitere Erleichterungen für die Schweinehalter, insbesondere für das Verbringen von Hausschweinen aus der Sperrzone 2, seien jedoch erst mit deren Aufhebung durch die EU-Kommission möglich. Auch die vorhandenen ASP-Zäune würden zunächst bestehen bleiben. In der sich nun anschließenden Screening-Phase von mindestens sechs Monaten müsse das Schwarzwild allerdings weiterhin deutlich reduziert werden. Hierbei sei die Jägerschaft aufgefordert, die Aktivitäten zur Entnahme des Schwarzwildes nochmals zu verstärken. Von ehemals elf Kerngebieten gibt es jetzt nur noch drei, die sich in den Landkreisen Spree-Neiße und Oberspreewald-Lausitz befinden. Doch auch hier könnten die Restriktionen noch im laufenden Jahr zurückgefahren werden, sofern die Seuchenlage stabil bleibt, meldet das Ministerium. Fakten über Wolf offenlegen. Bauernverband und DJV fordern das Bundesumweltministerium auf, der EU-Kommission umgehend alle vorliegenden Daten zur Bestätigung des Wolfs, den Folgen für Weidetierhaltung und Naturschutz, zum Rissgeschehen, zu Kosten für Herdenschutz sowie Rissentschädigungen zu übermitteln. Zusätzlich müssen Daten zur Akzeptanz des Wolfes bei Landnutzern und Bürgern im ländlichen Raum Statistiken über Entnahmegenehmigungen von übergriffigen Wölfen und Gründe für das Scheitern von Entnahmegenehmigungen offengelegt werden. Das darf man ja auch erwarten. Altweibersommer und nahezu Vollmond. Welchen Jäger hält es da schon zu Hause? Kleiner Tipp, die Deutsche Jagdzeitung lässt sich auch hervorragend in der Jagdhütte oder, wer es mag, auf dem Ansitz lesen. Und die Oktober-Ausgabe hat es so richtig in sich. Ausgewiesene Experten verraten zum Beispiel ihre besten Kniffe für Drückjagden. Ferner geben wir Ihnen Tipps zum Ansprechen reifer Dammhirsche und motivieren zum Stokeln auf Mümmelmann. Im Test hatten wir das neue Noplex Zielfernrohr 2,5 bis 20 mal 50 und das Can-Am Quad XT650. Dies und vieles mehr finden Sie in der aktuellen DJZ, die ab heute bei Ihrem Zeitschriftenhändler zu haben ist. Waldmannsheil Waldmannsheil Untertitelung des ZDF, 2020